Herzlich willkommen zum neuen Vlog auf den Knall und zwar vom nächsten Vlog ja der letzte Vlog ist gar nicht lang her und zwar der gestern hochgeladen und ja ich bin nicht lang her und da habe ich den ersten Mal online seit lang, seit einer Woche, nur einer Woche und weil ich so was sie versagt hier dazu er sagte zu und ich so gar kein Vlog noch geladen habe ja da war ein ich habe sie einfach auch keine Zeit so so ich habe sie einfach auch keine Zeit ich habe auch keine Zeit weil die Schule ist richtig hart und die Letztnotware nicht zu gut ja ja und deswegen habe ich einfach viel geliehen und ich habe sie nicht gebracht aber ja so wie wir gelernt und hat genauso wie es immer der Fußball und noch viele andere Leute da hat man halt uns für die Zeit für Youtube das ist einfach nur so ein Hobby von mir und überhaupt das hat man zwar nicht die größte Zeit würde ich jetzt mal sagen ja aber von uns weiß man ja das würde ich Ihnen sagen warum es war und warum so lange kein Bildmann gekommen ist und aber ich mache auch immer noch Vlogs ich mache immer neue Hausaufgaben ja also ja ok mach's gut mach's gut ja 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 ja